Einmal gegen Handballstar Manuel Späth vom TVB Stuttgart spielen. Das durften heute die Zweitklässler der Astrid-Lincoln-Schule in Erdmannhausen. Späth und Orlowski absolvierten beim Grundschulaktionstag eine Trainingseinheit mit den Schülern. So sollen sie spielerisch an den Handballsport herangeführt werden. Der Aktionstag wurde in ganz Baden-Württemberg veranstaltet. Für die Schüler aus dem Kreis Ludwigsburg gab es am Ende natürlich noch ein Autogramm der Handballstars. Untertitelung des ZDF für funk, 2017